Wir sind wieder bei Madden NFL 19. Es gibt eine neue Serie und zwar die Player Spotlights. Wir sind hier in der allerersten Woche, also zum ersten Mal im ersten Spiel. Und es geht gegen den Sleeper der Tennessee Titans, gegen Jenna Smith. Wir sind also wieder mal zu Gast in Tennessee. Da haben wir ja schlechte Erfahrungen mit. Wir führen mit 9 zu 3. Das ist ja mal angenehm. Die Titans haben den Ball in der eigenen 28. Ja, die haben keine Auszeit mehr. Und es ist nur noch 1,51 zu spielen. Da hat den Titans aber mal jemand richtig miese Karten gegeben. Erster und 10, Marcus Mariotta. Findet aber einen Receiver. First Down an der 38-Jahr-Linie. Natürlich gehen die Titans sofort in den No-Huddle-Modus über. Da hat Mariotta genau gesehen, wo der Blitz herkommt. Wirft dort außen hin. Findet einen Receiver. Derrick Henry macht drei Yards gut. Ist ein Zweiter und Sieben. Der Ball ist an der 42-Jahr-Linie. Und das ist ein Sack, der komplett entfernt. Der ist ungeblockt durch. Dritter und 14. Damit der Ball ist an der 34-Jahr-Linie. Richtig miese Feldposition jetzt für Tennessee. Die ja einen Touchdown erzielen müssen, wenn sie das Spiel hier drehen wollen. Und ein Wahnsinns-Pass von Mariotta. Ist es ein First Down? Es hat gereicht. Erster und 10 an der 2-Jahrs vor der Mittellinie. Stellen sich die Titans wieder auf. Werfen vollständig. Ball an der 45-Jahr-Linie. Wir haben einen zweiten Versuch und drei. Der Ball wird gespiked. Wir haben einen dritten und drei an der 45-Jahr-Linie. Wieder ein dritter Versuch, aber diesmal nur ein ganz kurzer. Bleibt Mariotta weiter so cool wie bisher in diesem Drive. Antwort, er bleibt. First Down, Tennessee an der 39-Jahr-Linie. Jetzt werden sie bald anfangen, den Ball zu spiken. Ja, das tun sie jetzt bereits. Das ist die Spike-Aufstellung, die wir da sehen. Das heißt, sie forcieren eine Incompletion. Damit halten sie die Uhr an, verlieren aber auch einen Down. Wir haben einen zweiten Versuch und 10. So, 37 Sekunden sind noch auf der Uhr. Mariotta und die Offense müssen noch 39 Yards in die Endzone der Cowboys schaffen. Irgendwie. Oh, jetzt sind es mehr als 39, jetzt sind es 47 hin. Das war ein Sack. Der, der des Cowboys. Ich glaube, Leighton Fander-Ash war es. Oh, wo ist mein End, wo ist mein End? Da ist er. Die Marcos Lawrence. Die letzten 20 Sekunden laufen bereits. Und das ist der nächste Sack. Leighton Fander-Ash macht hier ein Riesenspiel. Das ist ein Vierter und 23. Und jetzt laufen die Sekunden hier runter. Jetzt muss Tennessee den Wurf in die Endzone riskieren. Den langen Ball. Die Ball und der ist intercepted. Bringt das Spiel zu Ende. Die Cowboys müssten jetzt eigentlich nur noch einmal gut aufs Knie gehen. Tun wir nicht. Das finde ich lame. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Wir laufen noch einmal mit Siki Elliott über die Außen. Eddie George ist es, Entschuldigung, als Running Back. Und damit ist die Challenge vorbei ohne Punkte. Wir halten aber unsere Führung. 9 zu 3 gewinnen wir also das erste Players-Spotlight-Spiel der ersten Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.